Das Zeug wächst so verdammt schnell. Achso, wir brauchen eine Treppe nach oben. Die ich ungern auch wieder hier hätte. Ich guck mal ganz kurz, ob das da klappt. Gerüst. So, ganz, 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 ganz viele Gerüste. So, plapp. Wir haben noch einen Toten bekommen. So, sieht zwar erstmal nicht schön aus, aber es klappt soweit. Töten. Wir haben noch einen Zwerg. Wir haben langsam keine Ausrüstung mehr für die ganzen Zwerge. Das zu, das zu. So, ganz kurz mal in Einfachmodus. Lager. Was ist mit der Ausrüstung? Wir haben Steinex und Steinex Spitzhacken. Wie lange brauchen wir noch, bis wir zu den Eisenspitzhacken kommen? Oh, eine ganze Weile. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Ausrüstung. Weiter, 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 weiter. Du. Hast das, hast das, hast kein Holzhut. Hast keine Holzrüstung. Und hast nur einen Bogen. Lederrüstung? Boah. Lederrüstung? Wann kommen Lederrüstungen? Ah, das dauert nicht mehr lange. Schild mit Schädel. Schild mit Schädel da. Knochen. Eisen. Bretter hatten wir ein paar gemacht. Nägel und Knochen. Zip. Äh, äh, äh. Da. Da. Und jetzt muss ich überhängen. So. Da oben sollen eigentlich die Betten hin. Das heißt, wir könnten nicht hier die Betten mal abbauen. Entferne einfach das Bett. Entferne einfach das Bett. Entferne einfach das Bett. Die dann hier hinsetzen. Und wir brauchen neue Fackeln. Fak, fak, fakkeln. Da. Ganz viele. Äh. Hier. 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 Genau. Warum wollt ihr die Betten nicht abbauen? Entferne einfach das Bett. Entferne einfach das Bett. Entferne einfach das Bett. Entferne einfach das Bett. Entferne Blätter-Bett. Wir brauchen noch ein paar extra Betten. Dafür brauchen wir nur Holz. Okay. So. Drei Stück. Da. Also. Bett. 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 Stimmt. Dadurch, dass wir in der Mitte jetzt den Aufgang haben und nicht an der Seite, fehlt uns ein Platz. Ist jetzt nicht so super dramatisch, aber und so. Warum baut ihr die Betten nicht ab? Nein, nicht graben. Muss das da auf? Könnt ihr jetzt die Betten abbauen? Nicht graben, verdammt. Da ist kein Schild im Weg. Ist alles gut. Ich fahre einfach aus Bett. So viel Platz haben wir gar nicht. Stopp. 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 Ruhigen wir gleich die nächste Etage. Du. Wie der Zwerg. Kontrolle übernehmen. Ok, ok, ok. So. Dreck und Dreck und Geschenk. Stein. 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 Das können die anderen zwei selber machen. So. Grüst, 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 grüst. Da nicht. Da, 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 da. Gib ihm. Hier, kriegt sogar noch ein Portal. Stein. Da drauf. Baustein. Da vielleicht erstmal noch nicht. Da. Baustein. Das da weg. Das da dort. Du könntest da weggehen. Du da auch. Momentan gibt es nicht so viele Stellen, wo gemacht werden kann. Da. Stein. Baustein. Du weg. Bett. Dahin. Zweig schlafen und betten dir. Ja, ok. Das müssen wir gleich ändern. Das gilt momentan alles nicht zum Unterschlupf, weil halt diese Sternchenwand nicht da ist. Stein. Baustein. 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 So, wo funkelt es gerade? Da. Ah, wegen den Dingern. Oh, 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 oh. Ich habe mal wieder einen Angriff nicht mitbekommen. Äh, du. Du. Weg mit dir. Die Türen müssten eingesammelt werden und neu aufgestellt. Die Tür da. So. Tür. Aufstellen. Da bitte Stein. Da bitte Stein. Dört, 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 dört. Wir haben langsam kein Dirt mehr. Das ist beinlich. So. 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 Und da können wir gleich noch so einen Deckel draufsetzen. Ihr solltet eigentlich nur die Türen einsammeln, aber okay. Schließt lieber die Steine ab. So, wir können auch einfach das zweite Totem hier irgendwo hinstellen. Passt das auch. Hier schaust du mit Deckel. Hölzerne Falltür da. Deckel drauf. Deckel hier. Dann müssten wir die Deckel da eigentlich abreißen, damit das Totem für alles gilt. Ich denke, ja. Das muss ein ziemlich hoher Turm werden, wenn alle Zwerge, also alle zehn, zwölf Zwerge später, die dann schlafen können. Okay, drei Etagen dann. Und zwölf Zwerge dürfte schon ziemlich schwierig werden, oder? Also gegen acht, neun wurde das im Sandbox-Modus ziemlich langwierig. So, Tür setzend da. Wo ist mein Bett? Du läufst schreiend vor Yetis weg und fragst nach deinem Bett? Du. Hey du. Kontroll übernehmen. Geh, gefälligst den Teleporter rein. Du bist komisch. Ah, na also. So. Totem. Ich will eigentlich kein anderes Totem, also müssen die Dinger hier bis weg. Dann gucken wir mal. Nicht Leiter, nicht Leiter. Entferne Hölzerne Falltür. So, also ich hoffe mal, dass es bis nach oben geht. Also bis da. Und das Bett soll nicht abgerissen werden, bitte. Danke. Bett, da hin. So, 57%. Und das Funkeln geht einmal rum. Scheint alles okay zu sein. Gut. Zehn Minuten bis zur Welle. Das ist auch okay. Die können mal weg. So. Wir brauchen Dirt. So komisch das klingt. Klick. Hier müsste doch eigentlich Dirt drunter sein, oder? Unter dem Baum. Wollen wir hier alles noch planieren. Go, go, go. Zwerge. Mach kaputt, mach kaputt. Grabe, 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 grabe. Hier, die töten, graben, graben. Die Türen wurden wieder gesetzt, ja. So, fallen sie da. Weg, 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 weg. Na komm. Stop, stop. Alles weg hier. Krieg, der Portal hat er ja schon. So, weg, 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 weg. Weg. Okay, erstmal den Baum fällen, danach können wir das weg machen. Das weg, das weg, das weg. Krieg ein Scaffolding fürs Portal, bitteschön. Na, Baum, Baum weg. So, jetzt kann das auch noch alles weg. Keine Skelette von links? Nö, okay. Sieben Minuten, immer schön im Auge behalten. Baustein, Baustein, Baustein. Weg, 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 weg. Weg. Weg, 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 weg. So, wo ist meine Dirtanzeige? Wir haben zwei Dirt. Kann man Dirt irgendwie produzieren? Also ich weiß, man könnte Dirt benutzen, um Kohle herzustellen. Aber kriegt man irgendwie Dirt hin? Also Stein ganz klein malen oder so. Wahrscheinlich nicht. Weg mit hier, weg mit hier, weg mit hier, weg mit hier. Total. Alle haben geschlafen, sehr gut. Dirt, Dirt. Also wir kriegen eh viel mehr Dirt, wenn wir hier unten was machen würden. Also beenden wir unsere Planierungsarbeiten hier gleich mal. Aber schön kontrolliert, dass nicht irgendwo wieder so eine Dirt-Wende hinten übrig bleiben, wo den Efridorf wächst. Plupp. Oh, das ist er noch weg. Alles einsammeln und dann ab nach Hause. Das gab wohl nicht dann auch mit. Genau, du machst das da weg und jetzt alle rein. Und dann grabt ihr bitte hier unten weiter. Das ist ja unsere Aufzugshöhe. Und auf der Aufzugshöhe fahren später ja auch die Schienen. Also die verschiedenen Aufzügen. Das heißt, in die Richtung muss weiter gegraben werden. Dabei fällt Dirt ab. Und das Ganze muss zwei Felder hoch, damit man drüber Fackeln setzen kann. Portal, da hin. Okay. Jagdbuch. Überall Stein auf einmal. Das ist echt komisch, Stör zu brauchen. Wir haben allerdings auch echt viel verschwendet, um zwischendurch Lücken aufzufüllen und dergleichen. Aber das kriegen wir schon alles hin. Einfach hier ganz langen Tunnel nach da graben. Und hier nach da und zwischendurch das Fackeln setzen nicht vergessen. Also, wie war das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, zap. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zap. 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 Jungs. Danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zap. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zap. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zap. So. Du kannst weg. Entferne Fackel. Und jetzt haben wir auch das Scaffolding, um an solche Stellen ranzukommen. Das ist gut. Sehr gut. Du stirbst. Du bist entfernt. Du stirbst immer noch. Du wirst weg. Du wirst weg. Du wirst weg. Du wirst weg. Du wirst abgeschossen. Oh, ja. So. Los. Wir brauchen mehr Scaffolding. Sieht nicht sehr... Oh. Sicher aus. Ja, ja. Oh, 36 Sekunden, bis die nächste Welle kommt. Das muss weg. Lichter, 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 Lichter. Und schon haben wir ganz viel Dirt. So. Welle. Ink. Drei, zwei, eins. Und direkt neben unseren Pfeilen. Sehr gut. Gucken wir nochmal. Die werden nicht gefangen. Die klappen. Einigermaßen gut. Und jetzt geht's los. Stopp. Ausrüsten. Jetzt kriegen die Jungs wieder ihre Pfeile und Bögen. Und ich glaube, wir brauchen noch welche. Eins. Zwei. Zwei Pfeile und Bögen. Äh. Bogen. Holz. Eins, zwei, drei. Immer mehr produzieren, als man braucht. Ausrüsten. Zap. Ja, kommt schon. So. Immer jetzt schön Pfeile und Bogen schießen. Ja, sehr schön. Welle. Oh, oh. Warum geht ihr alle erst mal nackern? Das ist keine gute Taktik. Pfeile und Bogen schießen. Pfeile und Bogen schießen. Aber er greift wirklich an. Das ist gut. Nicht so eine verbackten wie Holger, wie wir sonst hatten. So, jetzt Welle weg. Yay, yay, yay. In doppelter Geschwindigkeit. Aber ich sollte euch eigentlich wieder Köln in die Hand drücken. Aber das passt schon. Stein. Baustein. Einfache Geschwindigkeit, du Wähle Zwerg, Kontroll übernehmen Wir hätten gerne da Da, da, dort Da, da Und da, und da, Stein Und dann brauchen wir hier wieder Scaffolding Und dann passt das schon Und dann müssten wir eigentlich die drei Schlafetagen haben Die erstmal sehr lange reichen werden Und dann können wir unten das wirklich so einrichten, wie wir es gerne hätten Also eine Etage mit Küche Und Tischen mit Essen Und eine Etage mit Werkbänken Schmieden und dergleichen So, zu Mit wem redest du, oder? Achso, du bist einfach nur müde Zum, zum, zum Machen wir jetzt mal ganz zu So Das Ding wird kurzfristig entfernt Fernholz in der Falltür Dann kommst du weg Du weg Du weg Dann haben wir vier Betten Vier Betten, acht Betten fürs Erste Jo Na gut Tickbaum, was sagst du denn? Du sagst Morgenstern Oh, sehr gut Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Acht, neun, zehn Das reicht für eine Weile Ausrüsten Morgenstern 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 So Also wenn das Spiel irgendwann mal vom Inhalt her wesentlich größer wird Und so Dwarf Fortress Ausmaße annimmt mit hunderten von Zwergen Wäre es ganz schick, wenn man Equipment-Sets abspeichern könnte Damit man dann nicht bei hundert Zwergen Rüste, Stahlkolle aus, Rüste, Stahlkolle aus, Rüste, Stahlkolle ausmachen muss Aber das dauert wohl noch eine Ecke So Bett 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 Schnecke töten Schneck hat bei uns drin nichts zu suchen Mhm So Äh Was kommt in die Eingangshalle? Gut, Frage eigentlich Mh Wir könnten hier unser Essen zu anmachen Wenn man reinkommt, hat man gleich was zu essen Müssen wir später gucken So, Scaffolding hier können weg So Was machst du da? Geh mal, geh mal das hier bitte zumachen Mit unserem teuren, teuren Dirt Die Kohle da abbauen Das da wegbauen Eins, zwei, drei, vier, fünf Da Und dann hier das ganze Eisen abbauen Kriegst du auch ein Portal da unten Das, 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 das Was passiert mit dem Pilz, wenn unter dem Block aufgelaufen wird? Er wird mit abgebaut, sehr gut Das, 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 das ist alles weg Äh, nein, 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 ja das nimmt vormann sehr gut ich hätte jetzt nur langsam echt gerne die steinwand